Herzlich Willkommen zum allerersten Heidens Sieg in Chapter 5, Season 2 und zwar in Mount Olympus. Wir haben wieder 100 Spieler in einer Lobby, sie haben wieder eine gute Zeit, ihre Verstecke zu finden, denn im Anschluss komme ich und werde sie finden. Die ganzen Leute haben sich jetzt versteckt und wir werden jetzt loslegen und euch finden. Wir haben jetzt 89 Leute hier drin und, äh, Dinger, da unten läuft einer lang. Egal, wir scheißen jetzt auf den, wenn er sich nicht richtig mitspielt. Egal, komm. Wir fliegen jetzt hier rein. Oh, hier unten ist direkt einer. Der wird jetzt hier hinterm Baum. Okay, Baumpolitik. Ey. Nein, er ist One-Shot. Hier ist noch einer. Stehen geblieben. Stehen bleiben. Zum Glück habe ich M. Ich finde es richtig geil, Mount Olympus ist mit die größte Schattel, die es, glaube ich, jemals in Fortnite gab. Da ist einer an Fallschaden gestorben oder so. Auch witzig. Das wird mein Joker sein. Ich nehme das mal mit. Das wird mein Joker sein. Warte mal. Schlippt er? Nein, er schlippt nicht. Nein! Mein Aim! Bruder, was machst du denn? Gute Politik, mein Bester. Egal, hier wird es noch genügend andere geben. Wir sind auch gar nicht mehr richtig in der Zone. Ich muss mich jetzt schon beeilen. Die Stadt ist mit die größte, die es jemals gab. Und wir werden hier so viele Leute verstecken sich hier. Ich glaube, ich werde noch gar nicht alle Sachen abfarmen können. Der hat sich bewegt. Das ist gut. Da sehen wir ihn direkt. Badum, badum, badum. Oh. Da, der läuft. Der nimmt die Beine in die Hand. Bam. Aber er läuft nicht schnell genug. Wenn du von mir wegkommen willst, musst du schon früher loslaufen. So. Okay. 81 Leute noch. Es gibt bestimmt auch einige, die hier einfach an Fallschaden sterben. Weil sie einfach irgendwo runterfallen. Weil wir spielen ja auch No-Bild. Ah, hier höre ich jemanden. Digger. Wie finde ich die nicht? Hallo. Coco. Oh mein Gott, die Zone kommt schon. Die müssen sich jetzt im halben Olympus verstecken. Olympus ist noch halb drin. Äh, Maut-Olympus ist noch groß genug. Die müssen sich jetzt in dem Olympus verstecken. Oh mein Gott, das ist ein crazy Versteck. Wie lebst du noch? Wie lebt er noch? Oh mein Gott, er ist unbesiegbar. Erste Auserwählte. Nicht. Wir müssen sich jetzt dann rein theoretisch reinrotieren. Deswegen, wir werden jetzt kurz immer im Außerhalb suchen. Dann haben wir nämlich noch ein bisschen Zeit. Außerhalb ist hier vorne. Da fliegt einer. Oh mein Gott, die Leute kommen jetzt hier hoch. Okay, Leute, Routine zieh rein. Ich sehe so viele Steps gerade. Digga, hier jemand schießt Drohnen runter. Oh, moin. Oh. Er bringt mir Impuls, nates. Oh. Ja, das war die falsche Farbe ausgewählt. Das war nicht dein natürliches Habitat. Digga, was macht er denn? Digga, bist du dumm? Der Typ grilliert einfach in seinem Versteck. Das ist ja richtig unauffällig. Die Zone ist gleich da. Deswegen, wir werden noch kurz hier einmal das Ding abchecken. Ob sich hier noch einer irgendwo versteckt. Das ist auch das Krasse. Da die Stadt noch relativ neu ist, findet man nicht so viele. Also, weiß ich gar nicht, wo die krassen Verstecke sind. Hier ist einer. Weil die Leute impulsen oder fliegen. Okay. Aber hier sehe ich nochmal Steps. Wo bist du? Zeige dich. Zeige dich. Es ist so riesig, diese Stadt. Das ist krass. Und da es halt auch am Berg ist, können sich die Leute so crazy hier verstecken. Oh nein. Okay. Wir haben jetzt noch 1.30 Uhr Zeit. Oh mein Gott, hier war gerade eine Krone. 1.30 Uhr Zeit, die Leute zu finden. Weil dann müssen wir in die nächste Zone rotieren. Oh, gutes Versteck. Gutes Versteck, mein Bester. Wild Faultier. Macher. Ah, das Versteck war jetzt auch okay. Aber jetzt nicht das Beste. Genau wie der Kollege. Einfach genau im gleichen Versteck. Ja, irgendeiner schießt hier die ganze Zeit durch die Gegend. Aber die Frage ist, wo? Ich höre die ganze Schüsse. Jungs, ihr habt das Prinzip nicht verstanden. Jetzt sind wir noch 67 Leute. Ich will noch ein paar Leute finden. Das ist der Griefer. Komm her, Griefer. Okay. Dann jetzt an alle. Ihr dürft weiter rotieren. Wir rotieren in die nächste Stadt. Und zwar in Grimm Gate. Alle zu Grimm Gate. Alle zu Grimm Gate. Rotiert los. Ihr habt Zeit. Wenn die Zone schließt, müsst ihr alle in Grimm Gate sein. Okay, zweite Runde gelost. Es haben sich jetzt alle verbleibenden 60 Leute in Grimm Gate versteckt. Hier vorne läuft auch einer. Egal, den lassen wir noch kurz reingehen. Und wir impulsen jetzt schon mal rein. Die Zone ist da. Und die haben jetzt... Wir müssen jetzt hier Meter machen. Oh, hier. Den nehmen wir mit. So. Oh mein Gott. Und es fängt schon an zu lagern. Weil doch so viele Leute hier leben. Okay. Wir können jetzt hier richtig Meter machen. Oh. Da schießt jemand auf ein Hühnchen. So. Fleischwolf. Ehre. Danke, dass du stehen geblieben bist. Wir müssen jetzt hier richtig durchgehen. Oh mein Gott. Jemand hat den... Jemand hat den Bot aktiviert. Ihr losties. So. Den nehmen wir mit. Einer hat der... Oh, jetzt ist hier die ganze Zeit... Oh, ne. Oh, it's spawn here. It's spawn here. Oh mein Gott. It's spawn here, äh, Bots. Egal. Dann gehen wir jetzt erstmal hier außen rum. So, ich sehe hier Saps. Im Wasser. Ey. Oh mein Gott. Die Leute können jetzt so durchziehen, ne. Das ist crazy. So. Den nehmen wir aber mit. Oh, er gibt einen Muni. Okay. Okay, dann verstecke ich nochmal. Schnell. 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 Ah. 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 Er ist renaus. Ah. Er dachte, ich bin lieb. Aber ich kenne das nicht. Das ist... Ich gegen euch, Chat. Ich gegen euch. Hier gibt es keine Bündnisse. Hier wird keiner bevorzugt. Wenn du freiwillig aus deinem Versteck rauskommst, gehörst du mir. Und genau wie du. Ihr gehört alle mir, Chat. Oh mein Gott. Ich sehe hier so viele Saps. Und Wölfe auch. Luca. Oh mein Gott. Ist das laut hier. Oh mein Gott. Die Pickaxe. Schau dir die Pickaxe an. Oh nein. Deine Pickaxe, mein bester. Finboy. Das war unlucky. Sehr unlucky sogar. Ich sehe hier so viele Saps. Aber ich sehe keine Leute. Weil hier drüben einer ist. Und bam. Oh nein. So. Jetzt finde ich euch alle. Da oben war doch noch einer. Oh. Oh. Der ist sogar streng geliebt. Ehrenmann. Oh mein Gott. Jetzt liegt hier unten so viel Loot. Jetzt kommt hier sogar noch der Zug. Oh. Hier ist ein dicker Fisch. Er danzt noch. Oh. Hier läuft auch einer. Hier geblieben. Bam. Geiler Dodo noch genommen. Let's go. Hier wäre auch ein crazy Versteck in der Ecke. Oh mein Gott. Hier oben. Bleib hier. Nein. Er läuft wieder. Er nimmt die Beine wieder in die Hand. Nein. Nein. Wo ist er hin? Ey. Das ist so veräckelt und verwinkelt. Und ich kenne die Spots noch nicht auswendig. Weil. Ja. Noch zu wenig Zeit war. Oh mein Gott. Er ist hier drüben. Aber ich bin zu flink. Oh nein. Zu weit gecharged. So. Okay. Wir sind sogar noch in der nächsten Zone drin. Das heißt. Ich habe sogar noch ein bisschen Zeit. Ein paar Leute hier zu holen. Oh nein. Hier geblieben. Ah. Er läuft. Bam. Ich muss jetzt auch mal gucken in die Richtung. Weil die ganzen Leute müssen jetzt reinrötieren in die Zone. Oh mein Gott. Hinter mir. Steppt da noch. Du machst Steppt. Du machst Geräusche. Oh mein Gott. Ich wäre so an Bannock vorbeigelaufen. Aber. Keine Ahnung. Ich glaube der ist auf dem Stein gebackt. So. Irgendjemand schießt hier auch die ganze Zeit durch die Gegend. Triggert hier. Ich weiß gar nicht. Was macht der Kollege? Man hört die ganze Schüsse. Warte mal. Ist hier einer im Auto? Ne. Ist hier einer im Auto? Auch nicht. Alter. Aber hier sind irgendwo Steps. Ich weiß gar nicht. Wo man hier überall reinkommt. Hier gibt es so viele krasse Verstecke. Hier sehe ich Steps. Aber ich finde ihn nicht. Dann ist er zu gut für mich. Ist hier einer im Auto? Digga. Was ist das für ein Blubbern? Da ist der Typ der rumschießt. Ah das ist der Bot. Digga. Ich denke mir die ganze Zeit. Welcher Griefer ist das? Der hier die ganze Zeit rumläuft und Leute abknallt. Aber es ist der Bot. Oh nein. Hinter mir. Was macht der? Den nehmen wir natürlich auch mit. Öh. Warte mal. Ja okay. Du kriegst doch deine E-Mode noch. Ah. Verkackt. Hier ist auch noch einer. So. Den nehmen wir auch noch mit. Ey wir sind gut dabei. 37 Leute noch. Wir sind jetzt aber nicht mehr in Sound. Wir sind nicht mehr in Sound. Oder oben ist einer. Warte mal. Der kommt her. Hier oben auf dem Dach. Wo willst du hin? Hä? Wo willst du hin? Du kleiner Flamingo. Er will wegfliegen. Aber nicht mit mir. Wo willst du hin? Ah der bleibt da. Wie ein Liebervogel. Zone kommt. Jetzt dürft ihr alle rotieren in die Zone. Und wer als letztes überlebt gewinnt. Wer als letztes überlebt gewinnt. Also bitte mich nicht töten. Sondern versteckt euch einfach. Will ich nochmal dazu sagen. Nicht dass jetzt hier jemand denkt. Und ich werde euch in der Zeit töten. Ah den nehmen wir mit. Zack. Oh mein Gott. Noch 33 Leute am Leben. Nein. Flopper hier geblieben. Nein. Der Charge. Er macht es so smart. Er macht es so smart. Ich charge hinterher. Komm her Flopper. Warte hier charge auch noch einer. Abkürzung über den Stein. Oh nein. Warte mal. Warte mal. Ich habe da was im Augenwinkel gesehen. Mein bester. Oh. Nein. Egal. Nein. 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 Hier geblieben. Nein. Ich traute es. Oh mein Gott. Der Klopper hat mich komplett outplayed. Wo ist er hin? Okay. Er hat mich komplett gedribbelt. Aber die müssen auch alle wieder zurück. Weil die Zone ist bei mir. Boys. Top 33 Situationen. Es leben noch so viele. Ich habe echt schlecht bisher gesucht. Oh mein Gott. Die Leute haben jetzt wieder Autos. Bitte aus den Autos rausgehen. Es ist Hide and Seek. Ah. Da bin einer hoch. Hier geblieben. Ey. Oh mein Gott. Da oben ist ein Griefer. Er hat mich abgeschossen. Das ist ein Griefer. Die Leute müssen jetzt rotieren. Wir machen uns nicht so... Das ist geil zum Hide and Seek. Ich kann jetzt mir einfach einen richtig dicken Überblick verschaffen. Wo die Leute sich rumtreiben. Ich habe hier vorne einen mit Flügeln gesehen. Wo seid ihr? Oh, hier ist einer. Ich glaube, der ist im Baum, oder? Oh nein. Der ist hinter dem Baum. Ah. Er wollte mich splashen. Schade. Wir haben jetzt wieder weitere Flügel. Wir können wieder hochdriven. Oh mein Gott. Was geht da hinten ab? Ich sehe da hinten so viele. Jungs. Kommt mal her hier. Kommt mal ran auf mich. Ihr seid smart und seid einfach wieder zurückgegangen. Oh nein. Schade. Torsten. Torsten mit dem Dance-Move. Ich habe es vorhin mitgekriegt. Ich hatte wieder während dem Fliegen wie jemand wieder hier von der Seite so ein bisschen angeschossen. Wo seid ihr? Eckstein. Digga. Wie in der Zone einfach ein Medaillor liegt. Der Typ ist einfach verreckt in der Zone. Schade. Diese neue Map finde ich so unglaublich cool, Chad. Es gibt so krass viele Verstecke. Allein schon. Es ist eigentlich eine offene Fläche hier. Aber ich sehe niemanden. Das ist so crazy. Hier fährt einer mit dem Auto rum. Um das Auto kümmern wir uns. Wenn jetzt jemand smart war und sich einen grauen Superheld angezogen hat, hat er eigentlich schon gefühlt gewonnen. So, mein Besser. Hier geblieben. Er ist ausgestiegen. Und ich bin auch da. Du kannst dich nicht voll so einem Hintern klein... Oh mein Gott. Das ist ein Griefer. Es war ein Griefer. Deswegen ist er im Auto. Die Zone wird jetzt immer kleiner. Und was sehe ich denn da, Jungs? Hinter so einem rostigen Baum. Hinter so einem kaputten Baum willst du dich verstecken. Okay, dann stirbst du halt an Zone, mein Besser. Dann gehst du halt an Zone down. Er ist sogar an Zone gestorben. Und der andere wahrscheinlich auch jetzt gleich. Okay, Zone geht weiter. Was hast du denn da für ein gutes Versteck? Flopper. Oh, er war relativ low. Es ist auch krass, dass Leute alle so krass weglaufen können. Wo verstecken wir uns, Jungs? Lass dich nicht vor Jungs die verstecken. Lass dich nicht vor Jungs die verstecken. Er ist hier wohl Ehrenmann. Warte. Ist hier ein gutes Versteck? Ist hier ein gutes? Anonym. Wie er sich langsam umgedreht hat. Wie geil. Wir gucken kurz hier rein. Okay. Er leckt mich doch am Zückerli. Schade. Hier war doch auch einer, oder? Warte mal kurz. Ist hier ein gutes Versteck, Boy? Oh, er placed Bunker. Er placed Bunker. Er hat mich gedribbelt. Gut, 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 gut. Digga, da ist einer komplett gelb und ich habe ihn bis jetzt noch nicht gefunden. Dass ich den noch nicht gefunden habe, das ist eigentlich schon ein krasser Disrespect an mich einfach. Und dass immer noch 19 Leute leben, ist immer noch ein krasser Disrespect. Hallo. Jungs. Also die Charges waren jetzt nicht mehr besser. Und dann den wiederholen. Ja, okay. Komm. Die Umarmung kriegst du. Und jetzt, oh mein Gott. Und jetzt loslassen. So. Ja, anonym. Leute Impulsen. Machen Meter. Hö, da kommt auf einmal der Zug. Wo kommt der Zug? Digga, der ist doch schon gefühlt zum achten Mal hier. Junge, ich sehe den die ganze Zeit. Wer ist ja auch von euch auf dem Zug drauf, hä? Boys. Wer springt jetzt hier vom Zug runter? Hier hinter mir. Die wollen den Sneakigen machen. Der grüne Skin. Und hier auch noch. Digga, der hat so. Schau mal, allein schon. Er läuft rum und ich sehe ihn fast nicht, ne? Das ist so krass. Let's go, Pikachu. Hier einfach. Digga, dieser gelbe Skin. Einfach nur, weil er gelb ist, muss ich ihn jetzt gleich töten. Weil es kann kein gelber Skin gegen mich gewinnen. Digga, was geht hier oben ab? So. Ey, im Endeffekt am Ende gewinne ich gar nicht. Weil mich jede Person einfach outhealt. Ihr habt so viel Glück mit den Zonen, dass so viele krasse Sachen hier sind. Warte mal kurz. Warte mal kurz. Ich muss kurz hier mal runter gehen. Wir gehen mal ahead. Äh, hier ist der gelbe Skin. Und jetzt kommst du auch nicht mehr weg beim Besser. Jetzt musst du loslassen, gelber. Oh mein Gott. Dieser Charge, ne? Dieser Charge macht das echt nicht einfach. Oh nein. Okay, wir müssen wieder. Ich hab keine Person geholt. Perfekt. Aber dich hinter. Dich. Dich hol ich mich. Komm. Du bist jetzt. Du lässt jetzt los. Ey. Ich muss immer eine Person holen. Drei Jahre nachladen. Oh nein. Starkkasse. Okay, jetzt hol ich mich. Jetzt hab ich euch, Chat. Jetzt hab ich euch alle. Nein. Ey. Wir alle nur noch fliegen. Wer ist der erste, der am Boden kommt? Nein. Wer ist der nächste, der am Boden kommt? Wir machen einfach. Wer am Boden ist, verliert. Wer am Boden ist, verliert. Ey. Nein, 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 nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hab keine AP mehr. Bitte nicht raus zu pulsen. Er hat gewonnen. Oh mein Gott. Ich war so in meinem Film drin. GG's an den letzten Typen, der gewonnen hat. Schreibt gerne rein. Holy shit, ich war so in meinem Film drin. Oh mein Gott. Wenn euch diese Art von Video gefallen hat, lasst sehr, sehr gerne ein Abo auf diesen Kanal. Da putzt es auch sehr, sehr gerne. Kruel, Doku, Jonzi. Hier sind auch wie immer alle Ehrensupporter eingewendet. Ich bin jetzt raus. Ich wünsche euch alle noch einen wunderschönen Abend. Bis dann. Ciao, ciao.